Herzlich Willkommen! Heute Abend befinden wir uns im Drivers Business Club München. Jasper Walther hat mich eingeladen, heute Abend als Expertin beim Panel Talk, bei der Petrol Hour teilzunehmen, rund um das Thema Erhalt von Automobilen und Kulturen. Ein Thema, welches ich mir sowieso schon auf die Kappe geschrieben habe und ich die Meinung vertrete, dass jeder einzelne Automobil-Enthusiast dieses Thema verantwortlich mittragen sollte. Ich eröffne somit den Diskurs und freue mich auf viele spannende Themen heute Abend. Der Petrol Talk findet jeden Donnerstag nach der Petrol Hour statt. Die Petrol Hour, da laden wir auf Drinks ein und anschließend laden wir Protagonisten zum Petrol Talk ein, die uns über alle möglichen Themen berichten. Heute ging es darum, wir wollten Experten aus dem Oldtimer-Umfeld zu uns einladen. Wir haben uns über das Thema Automobil als Kulturgut unterhalten und das ist etwas, was dem Club extrem wichtig ist. Tolle Surrounding und ich glaube für jeden, der sich für das Thema Automobil interessiert, auf jeden Fall ein Ort, an dem man immer wieder gerne zurückkehrt, wo man sich gerne aufhält. Wir im Club sind ja autobegeistert, alle autoaffin. Aber ich fände es schade, wenn man das nicht hinaustragen würde und dass noch mehr, auch bei den jüngeren Leuten, da wieder diese Lust kommt und diese Freude an dem Automobil. Der Club bietet nun mal einfach die Möglichkeit, so eine Wohnzimmer-Atmosphäre zu schaffen. Jeder fühlt sich sofort wohl. Jeder ist offen, mit seinen Freunden gemeinsam zu sprechen, auch wenn viele natürlich Fremde waren und am Ende des Abends dann doch zu Freunden wurden. Aus meiner Sicht ist der Erhalt der Automobilkultur super wichtig. Nicht nur, weil wir jetzt damit aufgewachsen sind, sondern es ist super wichtig, dieses ganze Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Sehr interaktiv, also es kamen Fragen, Antworten, wir haben erzählt. Wir haben auch immer wieder versucht, natürlich erstmal die Fragen zu beantworten. Manchmal vielleicht ein bisschen ausgeschreit, ein bisschen was erklärt. Insofern war das ein sehr abwechslungsreicher Dialog. Also der heutige Abend war genial. Laura Kuckuck und Helmut Unfug haben es beide gesagt, hier im Raum war jeder irgendwo Experte, weil er auch Autoliebhaber ist und eine Leidenschaft zum Auto hat und sich somit auch damit beschäftigt. Ich würde auf jeden Fall super gerne wieder zu dem Petra Talk kommen, weil ich das Ambiente hier einfach super finde, der Austausch zwischen den Experten, den Mitgliedern. Es hat wunderbar harmoniert und war sehr schön und sollten wir unbedingt wiederholen. So ein Abend wie dieser sicherlich auch für Oldtimer Dummies wie mich, also Menschen, die sich jetzt nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, eine super Gelegenheit ist, um überhaupt erstmal so einen Einstieg in das Thema zu finden. Ich war anfangs etwas nervös. Ich hatte auch dem Service gesagt, bringt mal eine ganze Runde Negronis für alle. Wer weiß, wie das wird, weil wir haben es heute zum ersten Mal so gemacht. Der Auftrag ist getan. Ich habe heute Abend nur Feedback bekommen, dass wir das doch bitte weiterführen sollten. Es essentiell und wichtig ist, das Thema zu verfolgen. Für uns ist klar, wir müssen da weitermachen mit diesem Format. Das reicht nicht. Diese anderthalb Stunden, die wir heute hatten, das müssen wir fortführen. Es gibt eine Fortsetzung von diesem Abend. Vielen Dank.